Filmen an die hier so auf meine ganzen Tannenbaumbilder an. Auf deine was? Tannenbaum. Tannenbaum. Was? Boah, du Kleiner! Du bist immer noch kalt. Ja, aber jetzt. Wie kann man hier im Tum? Oh, das ist gerippelt aus. Oh, das ist gut. Na. Jetzt filmt der schon wieder. Abs habe ich. Ja? Na, nee. Sag auf die ABS. Ja, das geht. Achtung. Nein. Achtung. Danke, dass du mich vorwarnst. Abs habe ich. Das willst du ja f*** machen. Nimm mal dein Knie aus meinem Rücken. Du musst mich irgendwo festhalten. Bleib, oder? Nein. Kleiner und René. Junge, ich komme gestern ins Büro, ne? Nee, der war nicht übel, der Dübel. Ich komme gestern ins Büro. Da liegt der Schnitzel und so rum, ne? Und Julian und Heiner noch. Und dann war da so eine rote Soße mit bei, ne? Ich habe gedacht, das Ketchup. Blut. Alter, diese Pommes durch diese rote Soße gezogen. Perihodensaft. Alter, weil da... Junge, sowas hast du noch nicht gefressen. Geh mal zum Famila an diese Currywurstbude und sag du willst scharf. Ich kenn das. Ich hab eine ganze Tüte Milch gefressen. Ich kenn das. Ich kenn das. Ich kenn das. Ich stell mir da immer Scharf. Ja, aber mit dieser roten Soße, so richtig scharf. Wir machen Wanderriff. Wer war das? DEN hätte sie kaufen müssen, die Ruderungsmodeller, ein weniges Ackergeschoss. Irgendwie voll nervös, ne? Was? Das! Ich sehe jetzt die ganze Zeit im Spiegel. Stoppen. Ich sehe mich auch die ganze Zeit im Spiegel. 22, 22. 25, 30, die Zutane. So, Captain Cock. Please give me Cock. Kennt ihr das? Cock. Was war der jetzt hier? Beutsteinfahren. Wie lange hat ein Arnke seine Schuppen auf da? Was brauchst du? Motorhöhung gut für mich. Keine Ahnung, nicht länger auf. Guck. 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 Das ist eine Einbahnstraße. Stell dich da hin, Mann. Stell dich nicht auf die Seite, sonst brauchen sie da noch auseinander. Wenn meiner hier irgendwo steht, ich brauche diesen Knopf für die zentral verringene Sekundärluftpumpe. Okay. Merk. Und vielleicht einen Motor, wenn da einer drin ist. Guck mal, warum knallen die alle diese Türen so? Weiß ich nicht. Das ist deutscher Kruppstahl. Guck mal. 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 So tief muss Diner aufhören. Schade, auch noch so falte Kurskübelseite da. Alter! Sehr gut. Schade. Was ist das denn? Ich glaube nicht. Der hätte mal einen Gas haben. Ja. Oh, schmeckt jetzt super. So now you know what I've been holding. Are you showing or are you folding? So what are you saying to me? I know nothing's ever certain. But if you're playing with me. I am not the one. So watch what you're displaying to me. Let's not miscommunicated. I don't even know what complicated. Feeling insecure. Cause you got me catching feelings I just can't ignore. And it scares me cause it's somewhere that I've been before. I can't deal with you hiding me. See that I'm really working for me. So what I want to do. Ich würde sagen, erstmal drehst du das Auto um. Oh, diese Stücke. So. 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 So what. So. 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 Das hat irgendwer mit seinem Auto plattgeschoben, ein bisschen bescheuert. Und dritter Gang.